Ah, was für ein schöner Herbsttag. Wir sollten mal einen Spaziergang machen. Es ist heute wärmer, als ich gedacht habe. Ich hoffe, der Wind ist jetzt nicht zu stark. Ich wollte heute mal über ein Thema reden. Point of View. Ja, das Thema Standpunkt. Zum Beispiel Religion und Wissenschaft. Die Religion sagt, sie sei richtig. Die Wissenschaft sagt, sie sei richtig. Schön hier. Ich erkläre das mal in einem Beispiel. Eigentlich sucht jeder die Wahrheit. Man müsste es so sehen. Also, die Wissenschaft sagt, in diese Richtung geht es zur Wahrheit. Und die Religion sagt aber, in diese Richtung geht es zur Wahrheit. Nur jeder sieht den anderen natürlich aus dem eigenen Standpunkt. Also, blicken wir mal etwas weiter weg von einem unabhängigen Standpunkt. Das da ist jetzt die ultimative Wahrheit. Und jetzt stellen wir mal die Person dahin, wo sie denn hingehören. Sie zeigen dir alle zu der ultimativen Wahrheit. Und das gleiche kann man auch übertragen auf andere Religionen. Zum Beispiel der Christentum, Buddhisten, die Muslimen, die Juden und was es so weiter noch gibt. Natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen, aber eigentlich wollen alle nur die Wahrheit. Mist, wo bin ich eigentlich jetzt? Und wenn das realisiert, dass eigentlich alle nur die Wahrheit wollen, dann wäre die Welt schon etwas friedlicher, glaube ich. Die Extremen werden natürlich sagen, nein, das Video stimmt nicht. Deswegen freue ich mich über eine Diskussion hier unten in den Kommentaren. Bis dann. Tschau. Jetzt habe ich mich verlaufen.